Hallo zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Beyond. So, bei mir ist es gerade ein bisschen laut im Hintergrund. Entschuldigt bitte den Hund. Wir sind im End, wir haben das End gesucht. Das End ist irgendwie... Wie weit? Ich sehe den Waypoint. Keine Ahnung. 1800 Blöcke. 1800 Blöcke, ihr habt es gehört. Fast 1900. So. 1898. Und wir wollen jetzt hier rein. Und den Enderdrachen legen. So, Timo, bist du bereit? Nee. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Jetzt kriege ich bestimmt gleich voll auf die Schnauze und fliege erstmal runter. Oh, ist das laut. Oh Gott. Ach, du machst so eine Treppe hoch, okay? Ja, natürlich. Oh oh. Aua. Den kannst du aber gar nicht sehen. Was ist denn das für ein Fuchs? Cheater. Was ist denn das für ein Fuchs? So. Wir haben ja diesen Flux-Crystal. Oh nein, die sind eingemauert, Timo. Loll. Wir haben auch Infinity drauf. Timo, ich kümmere mich mal. Oh, ich kümmere mich erstmal um meinen Sound. Alter. Ähm. Aua. Was hat denn der geschmissen? Ich kümmere mich erstmal geschwind hier um den Crystal, wo hier eingebaut ist. Ja. Ja. Ich versuch schon mal, die anderen zu treffen. Ja. Mach das. Oh, hier kann man nachher Obsidian mitnehmen, ey. Ist das einer? So, dankeschön. Auf Wiedersehen. So. Ähm. Wo bist denn du grad? Du bist da hinten. Da ist nochmal einer. Oh nein. Nein, ich hab Enderman angeguckt. Ich hab Enderman angeguckt. Ich guck auf den Boden. Ich sterb gleich nur an den Enderman. Geil. So, ich hol mal den. Den hier. Oh, der Enderdrache hängt grad fest. Das ist einer. Ich hab den nächsten hier. Aua. Oh, ich bin fast tot. Ein Herz. Da oben ist noch einer. Ich erwisch ihn nicht. Ich hab ihn. Nein, Timo. Mach doch keinen Scheiß. Ich wurde vom Enderdrachen getroffen. Und bin ganz, äh, bin plötzlich... Ich bin auch tot. Ach, Mann. Ja, Leute, damit es schneller geht, wir werden uns dahin porten, wieder zurück zum End. Deswegen haben wir uns ein Waypoint gemacht. Ähm, die End. Die Crystals sind aber alle kaputt, gell? Wir können jetzt Gas geben. Alle kaputt? Ich... Ich meine, ja. Okay. Also, ich geh jetzt grad schon... Ich bin schon wieder im End. Ja, ich auch. Also, ich kann grad schon hochlaufen. Ach, du bist schon da. Hey, was geht denn? Ich hab den Enderman nicht mehr angeguckt. Nein, da hinten... Ja, ich seh's da hinten. Ich seh's da hinten. Der hängt da grad wieder fest. Ich guck, dass ich den... Äh... Alter. Komm schon. Nein, 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 nein Fallschaden. Ich habe keinen Fallschaden. Ich habe schon wieder irgendeinen Enderman angeguckt. Ich nicht. Vorsicht, gerne die Bälle machen Schaden. Ja, ich merke es gerade. Wo ist er? Mann, wenn wir fliegen könnten, wäre das so viel einfacher. Oh ja. Der hängt wieder fest da. Leute, wir haben auch das Problem gelöst mit dem Flux-Pointen. Wir sind einfach nur dumm gewesen. Wir hätten einfach nur lesen müssen. Was? Wir hätten einfach nur lesen müssen. Ja, ich muss einmal ganz kurz runter in die Höhle. Haha, bist du fast tot? Ja, ich muss einmal was futtern. Sonst überlebe ich das nicht. Oh, ich bin auch fast tot. Erstmal regeneriert. Das ist ja grausam. Aber der Enderdrache ist schon so gut wie... Ja, der ist so gut wie down. Komm her jetzt hier. Jetzt tut er hier wieder auf der Stelle hängen. Was geht denn? Ja, ist so gut. So, ich bin wieder voll. Ich komme wieder hoch. Du bist wieder voll, ja? Ja, ich bin voll. Also Leute, damit ihr Bescheid wisst. Der Timo tut immer ein Saufen vor der Aufnahme. Ja, muss man. Wie soll man das denn sonst? Will sie ja aushalten. Ja, ja, ja. Guck mal den an, ey. Ich mache hier die ganze Arbeit. Guck mal hier hin. Das ist wie auf Arbeit. Ja, ja. Nein, wir arbeiten nicht zusammen, Leute. Treffer. Ich spiele Sniper. Yeah! Juhu! Ja, sehr schön. Kann man wieder runter. Ich spiele wieder auf anderen Teilplätzen runter. Oh, Leute. Ich mache mich gerade auf den Weg zu dir. Nein, bleib weg. Bleib weg. Das sind meine XP. Geh weg. Okay, dann... Ja, ich nehme... Wo ist es hin? Wo ist das Herz? Wo ist das Herz? Ich habe ich. Her damit. Ich brauche das schön. Nein. Doch, ich brauche das schnell. Was? Ich muss was aktivieren, sonst geht es nicht. Gib her. Mein Herz. Ähm, noch nicht zurückgehen, Timo. Denk dran, wir brauchen noch Enderperlen und, ähm, Enderman Head. Ja, lass uns die Enderman killen. Wir haben doch noch einen Bogen. Mit dem Bogen. Ja. Boah, der schuckt mich hier fast wieder rein. Äh, wir können hier auch die Enderlily Seeds mitnehmen. Und wir haben ja jetzt hier Endstone so ein bisschen. Wischen? Ja, so. So ein paar. Ja gut, Enderperlen sind jetzt nicht so das große Problem bei uns, Leute. Wir brauchen dringend einen Enderman Head, weil ich muss einen Soulbinder bauen. Der war Soulbinder? Ja, so weiter. Oh, regenerier dich. Sonst geht das immer so schnell, weißt du. Und jetzt braucht er Jahre. Ich glaube, das liegt am Ende. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Bei mir geht es schnell. Weißt du, was wir bei uns mitnehmen sollen? Was denn? Scheiß Pumpkin. Wieso? Ja, wenn du dir einen Kürbis auf den Kopf setzt, als Hut. Achso, dann kannst du hier angucken, ja. Ich habe einen Enderman Head. Ja, sehr schön. Ich bin gerade noch dabei. Gut. Ich nehme hier noch... Ja. Enderlily Seeds. Nein, Leute. Nein. Ich bin wieder abgekackt. Ich bin abgekackt. Nein. 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 Waiting for Server. Leute, es tut mir leid, ja. Aber dann war es das für diese Folge von Minecraft Beyond. Es tut mir echt leid. Wir haben wenigstens den Ender Drachen hier gemacht. Seid mir nicht böse. Ja, aber ich habe ja gerade starke Internetprobleme, habe ich ja gesagt. Und bitte schaltet einen in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, ja, lasst ein Like da. Kommentiert, was das Zeug hält. Und der Timo wünscht euch bestimmt auch alles Gute. Haut rein.